Hallo Namibia! Ich bin Miss Namibia 2019. Und wie wir alle wissen, kämpft die ganze Welt im Moment gegen das Coronavirus. Und Namibia ist keine Ausnahme. Also bleiben Sie zu Hause, gehen Sie so wenig wie möglich raus und waschen Sie Ihre Hände mit Seife und laufendem Wasser. Und wenn Sie das nicht haben, desinfizieren Sie Ihre Hände so oft wie möglich. Lass uns das Virus zusammen bekämpfen. Als eine Nation. Als Namibia. Untertitelung des ZDF, 2020